Wie geht es Cloud so? Keine Ahnung. Hm. Übrigens, ihr drei, wer seid ihr? Ich weiß nicht recht, ob wir es dir sagen sollten. Sieh an, was für ein überaus ungewöhnliches Schwert du doch hast. Das Schlüsselschwert. Verstehe. Das ist also ein Schlüsselschwert. Und du bist wohl sein auserkorener Träger. Und was, wenn dem so ist? Ich frage mich, ob es sich's anders überlegt, sobald ich dich besiegt habe. Zauber mir deine Sterne. Denk für den Stamm. Gehe, 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 Gehe! Na, was sagst du jetzt? Ich gebe zu, du bist stark. Aber Cloud ist offensichtlich der Einzige, der mich auslöschen kann. Sag Cloud, er soll herkommen. Sag ihm, auch Sephiroth möchte es beenden.